Bei uns im Team ist Unsinn und Spaß genauso Arbeitsalltag wie Hilfsbereitschaft, Durchhaltevermögen und Power. Vorteil bei AXRO ist, dass sich das Alleinerziehen der Mama, Familie und Beruf super vereinbaren kann. Ich bin zu AXRO gekommen durch meine Kolleginnen und Freunde. Ich habe Einzelhandel gelernt und bin dann in die Gastronomie, von der Gastronomie in die Gebäudereinigung. Jetzt bin ich im Lager gelandet und finde es super. Natürlich ist der Arbeitsalltag auch mal stressig und da müssen alle Abläufe funktionieren, aber dann erholen wir uns meistens in der Mensa, wo alle AXRO-Mitarbeiter dann halt was zu essen bekommen, was Schönes, Warmes und auch mal was Süßes. Wenn Tetris-Spielen genau dein Ding ist, dann bewirkt dich mit wenigen Klicks bei uns. nhau!